Leute, es ist endlich soweit. Civilization 7 wurde angekündigt mit Sid Meier himself. Ach, herrlich. Aber das Problem ist, erst 2025 wird das Spiel herauskommen. Und deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu spekulieren und unsere gewünschten Features einmal aufzuzählen. Das wollen wir jetzt mal in einem Video machen. Ihr macht das unten in den Kommentaren. Und wir schauen uns einfach mal alles an, was ich auf jeden Fall in Civilization 7 haben will und auch verbessert haben will. Fangen wir mal mit dem Militär an. Ich finde, eins der wichtigsten Punkte für mich persönlich ist das Militär. In Civilization 6 ist das Militär nicht zufriedenstellend für mich. Denn ich finde diese Anordnung von einzelnen Einheiten auf einem Hexagon einfach nicht gelungen. Das heißt, ihr könnt zwar natürlich mit Fernkampfeinheiten so einen Ring bilden, aber es ist sehr viel Klumpe. Gerade am Anfang hat man das auch sehr gut bei der KI gesehen. Die KI kam damit nicht klar, hat einfach Unmengen an Einheiten gebaut und sich damit konstant selber geblockt. Und ich finde, dieses Phänomen des selber blocken, das passiert immer wieder. Ich habe ja im Tutorial mal gesagt, dass es bestimmte Timings gibt, die halt sehr starke Einheiten auch rausbringen und die eben auch einen guten Push ermöglichen. Aber das ist in meinen Augen auch das Einzige, was wirklich Spaß macht und sinnvoll ist. Wenn ich da komplett wahllos reingehe, ist es meistens ein unangenehmes, langfristiges Klumpen. Und das ist kein gutes Kampfsystem. Deswegen finde ich, dass Civilization 7 da ein bisschen was von Civilization 4 wieder reinbringen sollte. Aber bitte nicht den extremen Stack-Span, den man damals hatte. Der war nämlich auch nicht schön. Sondern eher so in die Richtung von Millennia und Humankind. Und nein, ich meine nicht das Kampfsystem ganz wie bei Humankind. Kann man auch machen, wenn es gut gemacht ist. Aber mir geht es vor allen Dingen so wie bei Millennia darum, dass man eine gewisse Stackgröße hat. Und die sollte sich mit der Technologie auch weiter vergrößern. Das wäre genial. Das heißt, ihr könnt dann eben einen Krieger in die Frontline schicken, einen Bogen schützen in die Backline. Und das könnte dann so ein Auto-Battler werden, wie jetzt bei Millennia zum Beispiel. Oder eben ein ausgefeilteres Kampfsystem. Wobei ich das nicht unbedingt sehr passend finden würde für Civilization. Damit könnte man meiner Meinung nach dieses Geklumpe geschickt umgehen. Hätte eine interessante neue Mechanik. Nämlich ich muss bestimmte Forschungen erforschen, die mir die Stackgröße erhöhen. Also gerade wenn ich militärisch gehen will, muss ich darauf gehen. Und wenn ich zum Beispiel einen kulturellen Sieg anstrebe, kann ich das dann nicht immer so leisten, dass ich viel mehr militärisches Slots habe. So bin ich als jemand, der wirklich friedlich lebt, auch schwächer. Oder muss halt wissen, okay, ich muss jetzt meine Verteidigung erhöhen und muss jetzt auch auf so eine Technologie gehen. Das würde einen unglaublichen Märschwert geben, in meinen Augen zumindest. Denkt dran, das sind immer nur meine Meinungen. Und es würde halt auch so kleine Armeen halt gestalten, die dieses Geklumpe umgehen und eine taktische Vielfalt geben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine Anti-Kavallerie-Einheit. Ich mache eine Sturmeinheit nur mit Kavallerie. Oder vorne in der Front sind halt die Sperrkämpfer oder Schwertkämpfer. Hinten oder an der Seite an der Flanke. Man könnte ja auch Flankierungsbonusse einbauen. Wären dann eben Kavallerie-Einheiten. Und dann langfristig würde ich hinten noch Arsellerie und die Bogenschützen dazu pflanzen. Vielleicht auch Luftabwehrgeschütze. Sodass man wirklich eine richtig tolle Amir auf einem Hexagon-Feld hätte. Und nicht dieses ewige Geklumpe von einzelnen Einheiten. Die haben damit ja schon angefangen in Civilization VI. Mit diesem Heiler und so weiter, den man so gut wie nie baut. Diese Unterstützungseinheiten könnte man ja dann dementsprechend auch wieder einbauen. Und ein großer General würde, wie bei Millennia zum Beispiel, mehr halt Boni geben. Dass sie mehr Verteidigung haben, mehr Angriff, mehr Kampfstärke haben. Und so ein Heiler würde zum Beispiel irgendwie noch pro Runde, Kampfrunde, die dem Autobattler dann stattfindet. Vielleicht noch eine Heilung geben oder irgendwie einen anderen Buff geben. Dass man dann noch widerstellensfähiger gegen bestimmte Effekte ist, die man ja auch einfügen könnte. Das fände ich halt sehr wichtig, weil Civilization VI mir da, also mir persönlich dann nicht so viel geboten hat. Dass ich sagte, ich will jedes Mal auch Domination spielen, also Herrschaft spielen. Sondern war hauptsächlich immer für die anderen Siegbedingungen da. Im Bereich der Spekulationen gehe ich halt wirklich davon aus, dass das Militär in irgendeiner Form überarbeitet wird. Ob es jetzt so ist, wie ich es hier gerade vorgeschlagen habe, kann ich nicht sagen. Aber da eben einige Spiele herausgekommen sind, die so ein bisschen Civilization-artig waren, wie Humankind und Millennia eben, denke ich schon, dass sie auch planen, da etwas mit einzubauen, weil eben diese andere Herangehensweise schon ziemlich gut war. Also gerade wer auf Millennia jetzt nicht das Kampfbild, der Bildschirm, der ist natürlich hässlich, das wissen wir. Aber die Idee dahinter kennt, weiß, dass es ein sehr gutes System ist, auch mit diesen Kartenspielen, wo man die Einheiten heilen kann. Also sehr viel mehr Engagement hat wirklich mit dem Militär. Und ich glaube, dass das auch für die eine Priorität ist, das zu verbessern. Als nächstes kommen wir mal zu den Siegbedingungen. Die Siegbedingungen in Civilization 6 sind super. Also da werden mir, glaube ich, alle zustimmen. Wir haben eine große Variation. Wir haben viele verschiedene Strategien, die wir ausprobieren können. Wir haben super Möglichkeiten. Auch nach 1000 Stunden empfinde ich mich da immer wieder zurecht. Ich finde immer wieder eine neue Strategie. Ich kann immer wieder meine Lieblingsstrategie ausprobieren, wie bei mir zum Beispiel Kultursieg. Ich kann den Religionssieg preisen. Ich kann einen Diplomatie-Sieg sogar ohne Stadt machen. Ich kann früh siegen. Ich kann spät siegen. Ich kann halt wissenschaftlich siegen und habe da wirklich super Möglichkeiten. Also das schon mal als Lob vorweg, bevor mich nachher jemanden kritisiert, wenn ich jetzt nämlich anfange, darüber zu reden, was bitte nicht passieren soll oder was weiter passieren soll. Erstens hoffen wir natürlich alle, und da hoffe ich auch, dass wir auf einer Linie sind, dass sie das nicht runterbrechen. Das heißt, die Siegbedingungen weggehen oder per DLC wieder verkauft werden oder viel einfacher und simpler werden, weil sie Angst haben, halt ein gewisses Publikum zu vergrauen. Das wäre für mich einer der größten Knackpunkte, die wir haben, weil für mich bleibt Civilization dann auch immer der Standard der Siegbedingungen schlechthin. Wenn ich zum Beispiel bei Age of Wonders 4 über diese Siegbedingungen mich beschwere, dann gehe ich immer zu Civilization 6 und sage, guck mal hier, so sollte es in 2024 in jedem Strategiespiel gemacht werden, dass du wirklich von Anfang an weißt, okay, ich habe hier dieses Ziel und ich muss diese 3, 4, 5, 6 Mechaniken bedienen, um dann ehmöglich dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich ein anderes Spiel spiele und wieder einen anderen Sieg verfolge, dann muss ich wieder 5, 6, 7 andere Mechaniken bedienen oder es überschneiden sich zumindest nur 1, 2 Mechaniken. Was extrem wichtig ist, um das Spiel einen Widerspielwert zu geben und halt wirklich auch eine entsprechende Tiefe, die für so ein Civilization sich auch einfach gehört. Und dahingehend finde ich auch, dass gewisse Siegtypen nochmal überarbeitet werden sollten. Also das Fundament haben wir in Civilization 6 jetzt gelegt, das bleibt bitte auch so. Bitte nicht da wirklich weggehen, sondern das ausbauen. Nehmen wir mal als Beispiel einen Diplomatiesieg. Ich glaube, da stimmen wohl alle zu, dass der sich nicht wie ein Diplomatiesieg anfühlt und dass dem wohl die wenigsten noch spielen. Mein Cool ist natürlich, man kann es auch ohne Stadt gewinnen, man kann auch eigentlich komplett mit einer Stadt das locker gewinnen. Das ist tatsächlich möglich. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht oder gestreamt. Von daher guckt euch das gerne an, kommt auch gerne bei Twitch vorbei. Aber die Sache ist halt, es ist halt kein Diplomatiesieg in dem Sinne. Da steht zwar Diplomatiesieg, aber ich habe keinerlei Connections eigentlich mit meinen Freunden. Habe ich zum Beispiel drei verbündete KIs, die wirklich mit mir dick seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Allianz sind, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf einen Diplomatiesieg. Habe ich über 15 von 20 Punkten, werden sie mir trotzdem in dem nächsten Kongress zwei Punkte abziehen. Egal wie lange wir verbündet sind. Natürlich sollte es auch nicht so plain sein, dass, ja, ich habe alle verbündet und jetzt gewinne ich automatisch. Das wäre ziemlich langweilig. Wäre trotzdem noch besser in meinen Augen, weil es realistischer ist, weil die lieben mich, ja. Warum sollten die mich nicht als Weltherrscher nehmen? Wir bräuchten wieder einen Weltkongress, der wie bei, ich glaube, Civilization 4, 5, weiß ich gar nicht mehr so gut, weil ich glaube bei 4 vor allen Dingen, auf jeden Fall da war, wo man den Leuten ein Vote kaufen konnte. Also ich zu einer KI gehen kann und der irgendwie ein Vote kaufen kann. Hey, stimmt für mich nächstes Mal. Oder hey, du bist mein Verbündeter, bitte wähle nicht dagegen mich, sei auf meiner Seite. Also man wirklich eine Interaktion hat und wirklich Diplomatie betreiben muss, um diesen Sieg voranzubringen. In meinen Augen könnte man da schön zwei Linien fahren. Erstmal die korrupte, lobbyistische, subtile Weise, in der man mit Spionen arbeitet und so ein richtiges Schattenkabinett aufsetzt und hat die ganzen Leute manipuliert und dann zu seiner eigenen Meinung zieht mit viel Geld und fiesen Aktionen. Oder die andere Sache, wo man wirklich offen auf die Leute zugeht, denen in Notsituationen hilft, wie es ja hier mit diesen Hilfsanfrufungen ist und so weiter. Und dann wirklich über offene, menschengerechte, menschenachtende Diplomatie dann diesen Sieg erringen. Ich weiß, das ist sehr weit gedacht. Aber wir sind auch in 2024 und wir haben halt große Dinge, die auch in echten Leben so stattfinden. Und ich finde, das sollte, wenn man es Diplomatie-Sieg nennt, auch zumindest einigermaßen darstellen, indem man wirklich mit den anderen Personen, also ob es jetzt KI ist oder menschliche Spieler, interagiert. Wenn wir zu Spekulationen kommen, gehe ich aber davon aus, dass der Diplomatie-Sieg leider dann nicht überarbeitet wird und vielleicht wieder mit dem DLC nachgeliefert wird. Was ich sehr schade fände, weil wir eben genau in dieser Zeit leben, wo man sowas richtig schön in so einem, ja, welten- und zivilisationenumspannenden Spiel einbauen könnte. Außerdem fände ich noch eine neue Siegbedingung gut, und zwar den Wirtschaftssieg. Und das müsste nicht nur darüber sein, dass man sehr viel Geld anhäuft, was aber natürlich eine Grundbedingung wäre, wie es ja bei Endless Legend und Endless Space zum Beispiel so der Fall ist, sondern auch, dass man noch gewisse andere Punkte vielleicht erfüllen muss, bestimmte Monumente bauen, bestimmte wirtschaftliche Märkte kontrollieren muss, vielleicht Luxusgüter oder noch ein Level höher, wie eine Börse oder sowas wirklich, sodass man dann einen spannenden, coolen, zusätzlichen Sieg hat, der eben auch sehr gut wieder abbildet, was in der Nation gerade, in der Moderne halt, los ist. Und das ist ja nicht nur die moderne Wirtschaftskontrolle, war auch schon, sagen wir mal, spätestens nach der Entdeckung von Amerika schon ein extrem wichtiger Punkt. Was waren so die größten Dinge an sich? Hat Civilization 6 ja super Sachen, das heißt, es baut ja ein gigantisches Fundament auf. Nur nochmal für die ganzen Leute, die mir wieder das Weinen vorwerfen. Erstmal, es gehört nur mal einfach zu meinem Kanal, dass ich mich über solche Dinge beschwere. Wenn ich mich immer nicht mehr darüber beschwere, dann werde ich wahrscheinlich von einer Firma gekauft worden sein, dann freue ich mich, aber dann werdet ihr halt nichts mehr bekommen, außer das ist alles toll. Und so lange werde ich natürlich weiter weinen. Jetzt gehen wir mal zu den kleineren Dingen. Und zwar hatten wir in Civilization 5 und 4, vor allen Dingen 4, fällt mir da ein, einige Dinge, die wieder rein müssen. Nummer 1 wäre die Gesundheit. Das Gesundheitssystem mit Corona sollte einer der Haupttopics sein. Könnte sogar eine Siegbedingung in meinen Augen sein, aber zumindest irgendwie ein Instrument, eine Mechanik, die im Hintergrund läuft, wie der Klimawandel jetzt zum Beispiel. Wir haben massive Probleme, wir werden auch weiterhin irgendwo Pandemien, Epidemien haben und Krankheiten werden uns immer beschäftigen. Und deswegen sollte zumindest ein Gesundheitssystem wie bei 4 wieder drin sein. Es ist extrem nervig, ich fand das bei 4 auch schwer, aber es ist eben genau eine Mechanik, die man braucht, um dieses extreme Stadtspammen, also ihr wisst schon, tausende Städte hinpflastern, unbedingt mal uns zu unterbinden. Denn ich will auch wieder mal mit kleinen Städten oder mit wenigen Städten großen Fortschritt sehen. Und in diesem Sinne zu der Gesundheit, da mit Krankenhäusern, gewissen Mechaniken dahinter und so weiter, sollte auch wieder das Kulturübernehmen von Städten drin sein. Das heißt, dass eure Grenzen sich immer weiter ausdehnen und feindliche Städte umringen und dann auch einnehmen können, sodass das nicht nur Eleonora von Aquitanien machen kann, sondern eben jede Kultur, wenn sie so massiv viel Kultur mehr hat, als die gegnerische Fraktion. Das baut sich natürlich ein bisschen in den Tourismus-Sieg mit ein, aber das müsste halt dann auf zwei verschiedenen Ebenen passieren, sodass einerseits die Kultur gegeneinander kämpft und andererseits man aber auch Tourismus noch generiert. Ob das so möglich ist, vielleicht ist auch nur mein Wunschdenken, aber es war schon ein 4, wenn man da richtig gut drin war und komplette Karten übernehmen konnte mit der Kultur, die man gepusht hat von einer einzigen Stadt aus. Sehr, sehr cool. Das wird das Spiel auf jeden Fall bereichern. Außerdem denke ich mal, da sind wir uns auch wieder fast alle einig, hoffe ich zumindest, dass die Erkundung mal ein bisschen mehr werden müsste. Am Anfang findet man halt Stammeshütten, die plündert man irgendwie aus. Und dann gibt es noch Barbarencamps. Es wäre halt cool, wenn es da so ein paar Orte, es muss nicht viel sein, aber ein paar Orte geben würde, wo man mal hingehen könnte, wo man halt, ja nicht bitte diese Text-Adventure, die klappen eigentlich nie, aber irgendwas anderes noch hat, als eben die Barbarencamps und diese Stammeshütten. Nehmen wir mal Beispiel Millenia, da gibt es ja diese Naturwunder, die man halt entdecken kann. Die gibt es ja auch bei Civilization 6, da geht man halt hin und dann hat man sie. Das wäre halt schön, wenn man das irgendwie noch ein bisschen ausbauen könnte. Konkrete Vorstellungen sind für mich da schwierig, aber ich denke, es würde Civilization auch für eine größere Fanbase helfen, wenn es ein bisschen dynamischer werden würde, auch am Anfang. Für mich ist das super, ich mag das sehr gerne, aber ich denke halt, dass so ein paar, es nur so ein bisschen, bisschen mehr Locations da irgendwo einen großen Weg bringen würden, um auch neue Leute da reinzubringen, die ein bisschen was schnelleres Spiel haben wollen, aber vor allen Dingen auch sehr viel Wiederspielwert bieten würden, weil man halt mehr zu tun hat. In dem Sinne sollten auch alle Mechaniken an- und ausschaltbar sein, also auch Gesundheit, wenn mich das zu sehr nervt, ausschalten. Dieses Kulturübernehmen, ausschalten. Ähnlich wie die Siegbedingungen, einfach alles an- und ausschalten. Das sind so Sachen, die sollten auch von Anfang an drin sein. Ich weiß, dass das Civilization 6 erst am Anfang nicht ganz so gut war, dass man die Settings richtig bearbeiten konnte. Das haben sie ja mit und mit super gemacht, darauf sollten sie auch wieder aufbauen. Auch ganz wichtig, sowas wie Großpersönlichkeiten, soll bitte so bleiben. Gerne auch ergänzt werden mit mehr Leuten, aber an sich nicht verändern, bitte. Zum Schluss noch das Streitthema Distrikte. Ich fand die Distrikte ja sehr gut. Warum sind sie sehr gut? Weil sie eben verschiedene Strategien forcieren. Das heißt, ich muss mich entscheiden, was baue ich jetzt, was brauche ich gerade, wo will ich hin, was sind meine Ziele. Das muss nicht in Distriktform sein. Man könnte es auch gerne wieder in so Talentbeube in Regierung machen, mehr Regierungen einfügen, die tiefer sind und eindeutigere Strategien forcieren, also hervorbringen oder eben etwas Ähnliches wie die Distrikte machen. Aber man sollte nicht wieder komplett davon weggehen, weil ich fand persönlich bei Civilization 4 und 5, dass man, wenn man geschickt und gut war, eigentlich alles machen konnte. Und dadurch verliert in meinen Augen das Spiel an Wiederspielwert, weil ich eben immer alles mache und mich nicht krass spezialisieren kann und zum Beispiel sowas wie Religionssiege unter 100 Runden gewinnen kann, die ich jetzt auch mal hochgeladen habe. Das ist dann nicht mehr möglich, weil ich dann ja irgendwie alles mache und alles gewinnen kann. Da verliert das Spiel in meinen Augen irgendwo an Reiz. Das wären eigentlich meine Sachen, die ich mir so wünsche. Das ist viel einfach, ja, bleib so wie du bist, aber ergänz dich halt wirklich von deiner Base aus immer weiter und sei nicht zu forsch mit deinen DLC, sage ich jetzt einfach mal. Plus Militär muss dringend geändert werden. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich will gerne mal wissen, was ihr davon haltet, was ihr selber sagt, was hinein muss, was verändert werden muss, was gleich bleiben soll, was ich vielleicht auch einfach vergessen habe. Oder ob ihr sagt, ja, ich stimme dir da nur halb zu oder ich stimme dir da nicht zu, aber bitte differenziert, sodass wir auch wirklich miteinander diskutieren können. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like da und kommt gerne mal mit Twitch vorbei oder werdet Mitglied auf dem Kanal. Bis dennne.